Meine ultimative Sprungkraft. So, ab ins Bett. Derzeit kurz Handy schnappen. So, wir sind sowieso wieder in einer neuen Aufnahme, sehe ich gerade. Okay, ähm, Vicky durchsuchen. Hallo? Ähm, Moment. Moment, warum kann ich nichts eintippen? Geht nicht. Doch, jetzt. Eisen-Bulem. Was hat denn der für Eigenschaften? Entweder für einen Spieler gebaut oder im Dorf. Jeder Eisen-Bulem strebt danach, sich in einem Dorf aufzuhalten, um die Bewohner zu verteidigen. Dazu... Mh-mh. Mh-mh, mh-mh, mh-mh. können angeleint werden. Dann werde ich wahrscheinlich den auch noch... Spawning. Drops, Geräusche. Da steht gar nicht, wie ich ihn herstelle. Da steht ja gar nicht, wie ich den herstelle. Ist aber nicht so nett. Okay, warte, wir machen das anders. So, hier bauen und benutzen. Doop, 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 Doop! Ah, ich glaube, ich weiß wieder wie. Ich glaube, ich weiß wieder wie, aber was ich nicht weiß... Okay. Okay, da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob wir das Material haben. So, ich gucke mal. Wahrscheinlich müssten wir dann nochmal ins Lager, habe ich so das Gefühl. Das hätten wir, aber uns fehlen noch andere Dinge. Kürbis hätten wir auch. Aber eine besondere Zutatat haben wir hier jetzt leider nicht. Okay. Dann müssen wir halt nochmal rüber. Und ich habe das Gefühl, dass wir diese Zutat auch im Lager nicht haben. Das wäre ein bisschen cocky. Leider. Warum nutzen wir eigentlich nie das Pferd? Frage ich mich gerade. Wir haben schließlich ein Pferd, aber nutzen sie nie. Naja. Hoppe, hoppe, reite. Hoppe, hoppe, reite. Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine Musik? So. Das nehme ich auch mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass uns eine Zutat fehlen wird. ? Wir haben Faden eigentlich, merke ich gerade. Erstaunlich! So, das Eisen hier nehmen wir auch mal mit. Hier. So. Ähm, wo könnte sowas denn drin sein? Hier vielleicht? Oh mein Gott, wir haben. Wir haben. Ich nehme die Händerperlen mal mit. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich nehme sie mal mit. Und weil ich es kann. So. Den Restl rossen lassen wir mal purzeln. So. Geht das Seil kaputt? Anscheinend nicht. So. Oh. Ja! Ja ho, alter Schimmel. Ja ho. Ja ho. Das ist schon cool. Warum machen wir das nie? So. Okay. Ähm. Das Problem ist, ich will dich nicht hier oben stehen lassen. Da hast du ja kein Gras. Vielleicht mal hier irgendwo. Wo habe ich das Seil? So. Ne. Oh, du hast ja gar kein Dingens. Hä? Aber ich hatte doch. Ich hatte doch bei dem. Warum sieht man das nicht? Liegt wohl am Texturenpack. Oh, es wird schon wieder Nacht. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. So, ich mache hier mal ein bisschen Licht hin. Einfach. Hä? Nicht, dass unser Pferdchen hier noch irgendwie weggesnackt wird. Gut. Gut. Gut, hier macht es jetzt nicht viel Sinn, Licht hinzumachen. Oh, wir kommen da nicht hoch. So. So, wir müssen kurz warten, bis wir liegen können. Geht's jetzt? Nö. Na los, komm schon. Lass mich schlafen. Hallo? Es ist doch Nacht. Oder so gut wie. Bitte. Oh. Lass mich schlafen. Na komm schon. Jetzt. Okay. Dann gleich hoch zum Haus. Die, 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 die. Denn wir müssen craften. Okay, das können wir zwar auch da. Wir müssen nicht ganz hoch. So. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Also. So. Und so. Hm. Hm. Jetzt haben wir aber viele gemacht, ne? So. Dann, äh, muss ich mal gucken. Können wir? Nee, das wird nicht reichen. Wir brauchen mehr Eisen. Weil ich würde gerne gleich zwei machen. Aber du brauchst doch das Eisen zum Abbauen. Ja. Ich weiß. Lass mich doch mal was machen. Ne? Lass mich doch. So. Ähm. Dann brauchen wir acht. Alter, das braucht viel. Ich hoffe, dass sie dieses Mal nicht wieder verschwinden. Weil einer ist mir ja schon, ne, abgehauen. Oh, da habe ich einen zu viel gemacht. Hm. 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 Wisst ihr, ich habe immer noch Eisen. Ganz ruhig. Okay. Wie wäre es, wenn wir einen hier oben hinstellen? Ich mache schon mal auch den Zaun hin. So. Wenn ich mich nicht täusche. Ging das folgendermaßen. Seil. Ne? Mein Kollege. Schade, dass man dich nicht benennen kann. Doch, könnte man wahrscheinlich mit diesen Namensschildern. Na? Gefällt es dir hier? Er ist ein bisschen schüchternd. So. Und dann vielleicht noch einer da unten irgendwo. Der so ein bisschen unser Pferd beschützt. So, Achtung. So. Oh, der ist so einsam da oben. Ich finde das ein bisschen schade, dass man die quasi so zwingen muss, da zu bleiben. Gibt es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Ich möchte, dass die ein bisschen rumlaufen können, aber die hauen ja ab. Das ist irgendwie schade. Hat da jemand eine Idee? Bitte in die Kommentare. Ich würde, ich würde den, ich würde schon gerne hauen, dass die ein bisschen rumlaufen, aber die hauen ja ab. Die suchen sich ja ein Dorf. Schade. Ich überlege gerade was. Ist nicht da hinten irgendwo ein Dorf? Da war doch was, ne? Oder täusche ich mich da? Da war doch irgendwo ein Dorf. Hm. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Hm. Was haben wir denn hier? Habe ich da? Das habe ich doch mal gemacht. Das sieht sehr stark nach meiner Markierung aus. Hm. Ich würde gerne, ich würde ja allgemein gerne, gut, das kann jemand denn später machen. Ich würde später gerne mal, wenn wir dann das Dorf haben, würde ich gerne auch ein paar, paar Dorfbewohner da haben. Und die werde ich mir dann wahrscheinlich irgendwie holen. Mal gucken. Das hat ja noch Zeit. Ich finde die Leinen halt zu kurz. Ja, du tust mir ein bisschen leid, mein Freund. Würde dich gerne ein bisschen weiterlaufen lassen, aber... Ne? Du weißt es ja selber. Du verlässt mich ja dann. So. Gut. Handy ist ruhig geblieben. Die Gruppe hat sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Okay, auch diese Kisten müssen irgendwann natürlich weg. Die passen da ja gar nicht. Ich packe nochmal die Enderperlen hoch. So, die packe ich gleich hier rein. Das wäre es gewesen. Ein Haushuhm. Oh, der Baum hier wächst nicht, ne? Den müssen wir woanders hinpflanzen. Der wird, glaube ich, noch kommen, hoffe ich. Ja, vielleicht. Mal gucken. So. Hm. Ich wollte eigentlich noch eine Folge mehr aufnehmen, aber irgendwie bin ich ein bisschen plott und weiß gerade auch nicht, was ich noch machen könnte. außer natürlich wieder Terraforming machen gehen. Aber irgendwie will ich das euch aktuell jetzt gerade nicht antun. Vielleicht dann in der nächsten Folge, wenn ich die dann aufnehme, wenn ich wieder zurück bin und so. Aber jetzt aktuell, glaube ich, lasse ich das erstmal und beende hier auch diese Aufnahmesession. Ich denke, das ist okay. Und dann werden wir uns dann halt in der nächsten Aufnahmesession wiedersehen. Mal gucken, ob ich vielleicht dann organisieren kann, dass wir uns damit, ob wir, ne, dass wir mal wieder nicht alleine sind. Mal gucken. Das wäre ganz cool. Ansonsten halt wieder unter uns, ne. So. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder vielleicht in sonst irgendeiner Aufnahme in einem anderen Spiel oder so. Ähm. Ja. Ich möchte mich verabschieden. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Ich möchte mich verabschieden. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020